Hier sehen wir jetzt ein normales Standardzimmer. Zwei große Becken. Da hinten ist ein Gespenst. Ist das dein Zimmer hier? Du sitzt immer ganz und schaust hinten gerne ein bisschen raus. Zimmer sind sehr schön, aber ich würde auf jeden Fall Poolblick nehmen. Ich bin gleich im Spiegel. Warte mal, ich bin gleich. Du bist im Spiegel.